So Freunde und damit herzlich Willkommen zum nächsten Teil des Videos aus Thüringen. Wir sind natürlich mit der selben Truppe unterwegs. Keine Frage. So, jetzt hatten wir eine kleine Pause. Da haben wir ein Nosti gegessen. Und jetzt geht es weiter in die zweite Runde sozusagen. Eigentlich ideal für RZR. Man muss natürlich aufpassen, links geht's so runter. Also nicht übertreiben. Oder eine sehr geile Wasserdurchfahrt. Ist ja krass. Bisschen nass geworden. Kann man hier auch rechts und links fahren? Keine Ahnung. Aber gut, wohin? Das ist natürlich auch geil da hinten. Guck mal. Schade, da kann man nicht rausfahren. Dann könnte man nochmal ein Stück hochfahren. Vorsicht, hier kommt er. Leute, da gibt es auch alles. Ich weiß nicht, wie es sich eskaliert. Man muss da hinten drehen. Man kann da nicht rausfahren. Ich weiß nicht, wie es sich an der Hose geht. Ich weiß nicht, wie es sich an der Hose geht. Ich weiß nicht, wie es sich an der Hose geht. Aber es ist egal. Ich bin nochmal schön sauber. Ja. Da kommen die Leute. Sehr geil. Achso, ich bin doch sauber oder? Ich bin doch sauber. Hashtag Dorfwrestling 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 Danke. Ist das dein Schlüpper? Nein. Ja, ja. Es riecht ein bisschen... Es riecht ein bisschen... Es riecht ein Fisch. Wo warst du denn da? Nee. Ich war vorher bei der Nase an. Oh, zu viel. Wenn wir mit den mit den Läuten gehen wollen. D-U-N-S-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A. Die Läuten riecht ein bisschen. Wenn sie nicht verletzt gehen wollen, dann sehen sie schon mal. Da dieЗäspirate mit den läuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Schmierig wie Sau Seilwinde, Seilwinde wegziehen Oder Seilwinde Schmierig wie 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 hahaha was da auch immer geil aus. Dein Linz ist auf immer sauber. Nein! Der ist weggerutscht. Das war gestatt, Junge. wie so eine waschmaschine willst du auch machen? ja probier mal, mach vorsichtig also Kante, darfst du nicht über die Kante kommen die Kante die Kante jetzt hat er rumgekommen weißt du was das ist? das ist einfach nur noch ein Punkt mehr Wahnsinn ja genau das ist das Problem du darfst keinen Gas wegnehmen du musst drauf bleiben das ist nicht einfach das muss man erstmal üben man muss sich da ran trauen das ist einfach so ja 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 weiter 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 ja abgeschabbelt der glitschige abgeschabbelt meins du darfst nicht machen du darfst nicht machen ich hab dich lieb glaub ich klar wir müssen da lang ja über Tablettenzeit ja, der feiert schon wieder ab man kennt ihn jawoll wenn die Karre Grip kriegt in der Kurve fliegt ja dann ist der weg nur mal so als Info aber nicht umsonst haben sie auf der Kurve den Platz 2 gemacht no risk, no fun, no sex oha war jetzt noch eine Durchfahrt ich dachte es wäre was mit so 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 ein paar runter Untertitelung. BR 2018 das machen wir aber auch nur einmal wo wollen wir hier raus? wo wollen wir hier raus? ach du sch... das ist tief wir fahren ein bisschen weiter vorne wird es tief ok ja 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 scheiß steinkente ich hoffe es ist nicht hoch hier aber es geht um ich hoffe es ist nicht hoch hier ist jetzt nicht tief wenn man schaut nach retten aber zurück zurück müssen wir sehen wie seien wir denn eben auf 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 gleich vorwärts ich gucke gleich vorwärts ich gucke gleich vorwärts auf 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 ich bin gespannt auf 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 auf